ja jetzt wäre ein düsseldorf was wir jetzt zahlreich freigeschaltet haben in den letzten zwei let's plays und wie wir sehen haben wir jetzt hier zwei city rennen trifft rennen und zwei drag rennen und was machen wir als erstes auch wir nehmen jetzt einfach mal drag rennen jawohl und dann legen wir auch schon los so heute ist geil youtube sports einen wunderschönen guten morgen erst einmal ja ich sag guten morgen weil es jetzt gerade noch morgen ist hier so 9 uhr und ich habe jetzt bock für euch jetzt mal wieder was aufzunehmen aber das gibt es doch nicht dass du hätte ich mal nicht hochgeschaltet glaube ich ja leertaste c wenn er weg ist er weg kann ich auch nicht mehr der gefährten der nur damit ich nicht vorbeikomme verstehen alles klar ein mieser lauch alter muss ich sofort am start muss ich den abmöppeln ja moment ja was gleich dafür wenn das spiel denkt das geht so geht das nicht sagen wir doch einer dass ich sofort schalten muss wenn das mal los bevor ich dann überhaupt halten muss ist doch quatsch er hat mir mit scheiße ja wieder gepennt die rostleidiot ich krieg gleich noch ein herz gas bei ihr das erste rennen haben wir einen drag rennen hier ist so leertaste c nechster verarschgat zieh anders doch hammer hat hier aber karren die sind ja scheiße ich komme ja gar nicht aus dem busch so machen wir hinter machen wir weiter haben wir ruhig haben wir fertig hier 300 euro aha ich bin gab schon euro ist geil so ja eine insel machen wir jetzt mal eine city rennen wähle city rennen jawohl machen wir und rennen los geht's aber cappuccino brust leute ach diesen bmw den kennen wir noch irgendwoher genau Er war doch mal gefickt. Gefickt, eingeschädelt. It's a checkpoint, baby. Aha, aha. That's the way. Aha, aha. I like it. Aha, aha. Also, ich sehe nicht, dass er nicht so wirklich was bringt. Hör mal. Oh, okay. Okay, okay, komm. Oh, was für eine Kurve. Oh, 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 oh. Das war jetzt aber knapp, ey. Ah, hier gibt's ja noch... Oh, hier gibt's ja noch Verkehr. Mit dem hab ich schon gar nicht gerechnet, oh. Das ist hier gewaltig. Okay, da fahr ich jetzt hier lang. Egal, das ist Gegenverkehr. Damit würde ich jetzt leben, aber ich bin hier, glaub ich, nicht der Einzige. Ach nee, das ist ja die Autobahn, wo ich jetzt gleich wieder links runter muss. Ja, mal gucken. Ich brech ab, ey. Ich brech echt ab. Ah. Das war jetzt mal hier lang. Das ist die größere Kurve. Komm ich hier weg, so schön rein. Hey, du Lappenalter, kauf dir doch mal ein Lenkrad. Ja, aha. Interessantes alte Spiel. Das ist irgendwie so... Ich find's gerade geil, ey. Ah, aha. Weil wer spielt denn schon mal heute großartig, äh, einzeln, äh, den etwas älteren Let's Plays? So gut wie keiner. Alle wollen immer sofort das Neue suchen. Egal, was es jetzt ist. Ich find's ja mal geil. Äh, nee, ey, Leute, Leute, Leute. Ah, jetzt bin ich einfach mal vom Gas runtergegangen und hab dann einfach mal, äh, eingelenkt. Ja, und schwuppdiwupp, ey, ja. Wuppa! Und das können auch wieder meine Gang sein, die mir hinten am Arsch hängen. Das ist also einer davon. Nein, 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 zu früh! Ah! Das nächste Mal dann auch immer so ein Knall, wenn der gegen so eine Ecke ballert. Ah! Du Assi! Setz doch mal einen Blinker! Boku, will ich schon kennen ihr? Oh, oh, minus 50. Ab, so weit, so schnell war, oder was? So, ersten Platz und leckt mir am Ei. Die Karre sieht irgendwie aus wie Bugatti-Volle. Ich weiß nicht, was er sich da ausgedacht hat. Das ist irgendwie geil. Ah, 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 ah. So, einmal Enter drücken und schon wieder 300 Euro. Oh, ja, Service-Punkt, da haben wir gleich jetzt. So, und was haben wir denn jetzt hier? Verbleibende Drift-Rennen. Wollen wir mal driften? Nee, diesen Kack, der, ey. Den verfluch ich ja bis heute noch. Aber ich denke mal, da komme ich nicht drum rum. Oh, warte mal, es geht... Oh, 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 ich habe irgendwie eine Ahnung. Gerade aus, drehen und wieder zurück. Da geht's noch meiner Hand. Oha. Äh. Äh. Ja. Oh. So, denn, dass ich wieder hinterherkomme. Nein. Das war so nicht... Ah, oh. Äh. Ach, Mann, ey. Was steht denn mit? Was machen die denn hier, die scheiß Passanten? He, 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 he. So. Das, ich liebe es. Wenn dein Plan funktioniert, du Kotzbrocken. So, das war mal das Ganze nur zurück eiern und dann noch mal eiern. Eier, eier, eier. Stromglacala, ja. Wuppa, wuppa, njuu. Wuppa, ganz aus da. Wuppa, wuppa, njuu. Wuppa, hey, was war das denn für nö? Ja, gut, dann links rum. Ein, halt, fahrtbrettstreckt. Das ist ein, das ist ein Fickfehler, ist das. Hat er mit Absicht. Habt ihr genau gesehen, ey. Da fahren sie rein, damit sie nicht, aber das, äh, ne. Damit sie hinterher... Dafür hat er jetzt aber die größten Probleme überhaupt, das nur hinterher zu kommen. Aber es wird gleich wieder lustig, weil ich muss ja auch noch mal drehen. Ja. Oh, Junge. Oh. Blöde Drecksau, ey. Kommt die Karre mit mal rum, obwohl ich schon die Handbremse drücke, hier. Nje. Nix. Ich hab genau gesehen, dass der Drecksack da auf mich zuhalten wollte. So, jetzt zieh ich wieder hier rüber. Mich auf der richtigen Fahrbahn rum, 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 rum. Schwitze hier, hier. Ja, ja, jetzt aber, jetzt aber los hier, ja. So, ich denke mal, das war's gewesen. Dankeschön. Ach, nee. Ah! Der war gut. Okay, dann müssen wir hin, dann bist du in der dritten Runde, das heißt, du musst hin und zurück. Aha. Das heißt, ich bin hin und zurück und deine Hauptsache fertig. Jawohl! Wow, der war mal schnell hinter mir. Das kann ich ja gar nicht glauben, so was. Aber ich denke mal, der hat die ganze Zeit Nitro genommen und deswegen war die ganze Zeit hinter mir. Ich hab jetzt so einen Schluck auf von diesem Cappuccino da, weil ich mich hier gerade so voll, voll elanmäßig da rein. Warte, ich würg mir jetzt noch mal einen Schluck runter. Jo, was haben wir uns jetzt hinterher? Ja, nochmal ein Drack-Rennen, Drift-Rennen, City-Rennen, City-Rennen, Drift-Rennen. Ne, mach mal noch ein, mach hier, komm. Genau, mach mal noch ein Drift-Rennen hinterher. Oh, geil, was ein schönes altes Spiel. Oh, heftig, ey. So, äh, leer, dassel, C. Jawohl! Ist ja geil, da geht es irgendwie so los und brennt das recht vor die... Uppah! Ja. Äh, 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 Moment. Ich muss... Ah, ich muss da durchfahren. Alles klar. Und danach muss ich drehen. Vielleicht kann ich auf der anderen Seite zurückfahren, aber sieh nicht da nach Hause. Er tut es schon wieder. Er sieht aber aus, als ob er auf der anderen Seite auch eine Straße ist. Hallo! Da war ein Baum! Ja, ich feier schon. Oh, das ist harter Tobak, ist das. Au! Wuhu! Nein, kein Baum! Ho, ho, ho! Das war knapp. Alter! Du Luppe, du! Oh! Nach vorne, was? Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Boah! Krass, das ist wert! Ja, ist klar! Nein! Da ist doch ein Baum! Diese Fotze, dieser Verdammte! Da kommt da so Passant und Schubs in den Silbersee von Winnetou! Ja, da war man mir Silber! Ah! Danke! Erdnuckel! Ja, das gibt's doch nicht! Ah, was ist das? Ja, die Richtung! Okay, gut! Ah, scheiße! Ah, bada, 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 bidi, 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 bidi! Das ist immer so in die Kindheit, als wenn man zurückgebeamt wird und so und, äh, äh, das ist total crazy! Oh, jetzt hab ich gepennt! Ich hab nicht mehr Nitro! Äh, äh! Okay, den krieg ich jetzt sowieso nicht mehr! Starten wir noch einmal neu! Haha! What der? Oh, nix, so gibt's hier ja nicht! So! Eindeutig! Gewinne! So, achso! Ich sollte mal weiter drücken hier, jo! So, 300 Euro, 0 Punkte, Bah, ah, ah, ah! Für Drackend, genau! So! Machst du jetzt mal weiter hier! Ich hab ja schon gedrückt! Watt, wie, noch eins? Ach, ein Auto freigeschaltet! Okay! Wir sollten vielleicht mal die Karre wechseln! Äh, üben! Garage, aha! So, was wird, wo? Ach, kannst du ja auch noch tunen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ja, ähm... Ich wollte ja... Ach, guck mal! Da kannst du die Karre wechseln hier, okay? Äh, äh! Aha, das sieht aus wie... Ja! Ach, du Scheiße! Da ist ja Pink mit dran! Das ist ja noch ein Racer, sieht aus wie ein Audi TT, ne? Hör doch mal auf, ich will ja mal nach oben hier! Erwin... Ach, nee! Gut! Ähm, ja! Äh, was nehmen wir denn? Nehmen wir den mal! Wollen wir, nehmen wir das pinke, pinke Schmuckstück hier! Kauf, V-Chip Upgrade, 100! Aha! Hab ich das gekauft? Keine Ahnung! Ja, ich tore mich von Ihnen. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Attrauffy! Oh Mann!